Nachdem es im Jahre 1918 zum Waffenstillstand gekommen ist zwischen den Mittelmächten und den Alliierten und damit der Erste Weltkrieg rein von den Kampfhandlungen her beendet war, stellte sich eben die Frage nach einem Friedensvertrag. Und die Friedensverhandlungen sollten im Jahre 1919 beginnen und noch bis ins Jahr 1920 andauern. Und das Ergebnis ist der Versailler Vertrag. Und diesen wollen wir uns hier mal etwas genauer ansehen und vor allen Dingen eben schauen, was bedeutet er für das deutsche Kaiserreich beziehungsweise für die Weimarer Republik, die ja in der Zeit entstanden ist. Dazu fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, wie es überhaupt zum Kriegsende kommt. Am 27. September 1918 kapituliert Bulgarien. Das war eine Macht der Mittelmächte. Am 29. September 1918 kommt es zu einer Konferenz in Spahr zwischen dem Kaiser, Kaiser Wilhelm II. und der obersten Heeresleitung. Die oberste Heeresleitung verkündet, dass der Krieg eigentlich verloren ist und ein weiterer Kampf eigentlich sinnlos ist, weil man nur eine krachende Niederlage erfahren würde. Deswegen richtet man einen Waffenstillstandsgesuch an die Alliierten. Man orientiert sich an die 14 Punkte von Woodrow Wilson, die im Januar 1918 erlassen worden sind. Einer dieser Punkte sah auch eine Demokratisierung vor. Diese Demokratisierung versuchte man dadurch hinzubekommen, indem man den Reichskanzler nicht mehr vom Kaiser abhängig machen wollte, sondern vom Parlament. Allerdings ist Wilson das zu wenig. Er will den Kaiser ganz beseitigen. Er will, dass der Kaiser abdankt. Dann könne man Verhandlungen führen. Die Verhandlungen beginnen am 5. November 1919. Am 9. November wird der Kaiser abgesetzt. Die Abdankung verkündet Max von Baden. Der Kaiser flieht daraufhin. Aus der Monarchie ist jetzt eben zunächst einmal eine Republik geworden. Am 11.11.1918 unterschreibt dann Matthias Erzberger, ein Politiker des Zentrums, das Waffenstillstandsabkommen. Das ist der sogenannte Waffenstillstand von Compiègne. Und ab dem 18. Januar 1919 beraten eben die Siegermächte über die Friedenskonditionen. Das ist die Pariser Friedenskonferenz, die etwas mehr als ein Jahr andauern sollte. Der Versailler Vertrag wird dann im Mai 1919 an die Weimarer Republik geschickt. Einige Punkte missfallen aber den Politikern. Auf die werde ich gleich eingehen. Trotzdem hat die Weimarer Republik eigentlich keine andere Wahl. Man stellt ihr am 16. Juni ein Ultimatum. Man müsse es unterzeichnen, sonst wird der Krieg weitergeführt. Die Weiterführung des Krieges, das war klar, war sinnlos. Deswegen wird dieser Vertrag unterzeichnet, nachdem allerdings das Kabinett Scheidemann zurückgetreten ist. Am 28. Juni 1919 wird der Versailler Vertrag durch Hermann Müller und Johannes Bell unterzeichnet. Und damit war der Krieg auch offiziell für das Deutsche Kaiserreich, das ja in dieser Zeit dann die Weimarer Republik war, beendet. Jetzt wollen wir aber mal schauen, was sah dieser Friedensvertrag eigentlich vor. Zunächst einmal verliert das Deutsche Kaiserreich einen Teil seiner Gebiete. Vor allen Dingen hier im Osten geht ein größeres Landstück verloren und damit eben auch Bevölkerung, Wirtschaftskraft. Und all das geht jetzt eben vom Deutschen Reich, beziehungsweise nennen wir es jetzt schon mal Weimarer Republik, das geht der Weimarer Republik verloren. Dann gibt es eben auch entmilitarisierte Zonen. Und zwar waren das Zonen, in denen man keine Befestigung bauen durfte. Und diese befestigungsfreie Zone erstreckt sich eben genau an der Grenze. Im Norden, hier, im Osten, auch im Süden und im Westen, also an der gesamten Grenze fast vollständig durften keine Befestigungsanlagen gebaut werden. Außerdem wurden die Seewege entmilitarisiert, beziehungsweise internationalisiert. Das war auch ein Anliegen in diesem Vertrag. Und für eine Zeit lang geriet das Saarland unter Kontrolle des Völkerbundes. So, was jetzt aber vor allen Dingen Anstoß erregt hat, war folgender Passus aus dem Artikel 231. Da hieß es nämlich, die Alliierten und Assoziierten Regierungen, also die, die mit den Alliierten zusammengearbeitet haben, diese Regierungen erklären. Und Deutschland erkennt an, Ganz einfach, sagt dieser Artikel aus, Deutschland und seine Partner sind alleine schuld am Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und das sah man natürlich in Deutschland anders. Und natürlich muss man das auch viel differenzierter sehen, als es hier die Alliierten gemacht haben. Und das ist eben ein Stein des Anstoßes und auch ein Punkt, der immer wieder von den Rechten aufgegriffen wird und mit dem man eben auch die Weimarer Republik diskreditieren wollte. Denn dieser Friedensvertrag wird mit diesem Passus unterschrieben und die Rechten sagen, da haben jetzt die Demokraten unser Land verkauft. Sie gestehen zu, dass wir schuld am Krieg waren, aber das stimmt nicht. Wer sich zur Kriegsschuldfrage etwas informieren möchte, mal etwas Neues lesen möchte, ich habe das in einem anderen Video zur Weimarer Republik schon genannt. Und Christopher Clarke hat darüber ein Buch geschrieben, Die Schlafwandler. Und da analysiert er mal aus seiner Sicht, und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, weil er eben kein deutscher Historiker ist, mal die Kriegsschuldfrage und er kommt eben auch zu einem sehr ambivalenten Ergebnis. Also Deutschland war natürlich nicht alleine am Krieg schuldig, aber hier der Artikel 231 legt das ebenso fest. Wie dem auch sei, was geschrieben ist, ist eben geschrieben. Und es gibt auch weitere Bedingungen. Die Reichswehr wird auf 100.000 Mann begrenzt, die Marine auf 15.000 Mann und es durfte auch keine Wehrpflicht eingeführt werden. Deutschland sollte eben möglichst unbewaffnet bleiben und militärisch ungebildet. Es durften keine Panzerwaffen. hergestellt und man durfte auch keine Panzerwaffen verfügen. Keine Luftwaffen, keine U-Boot-Waffen. Also damit halten wir mal kurz fest, Deutschland bekommt die alleinige Kriegsschuld zusammen mit seinen Partnern. Man muss Landverluste hinnehmen. Man muss da eine entmilitarisierte Zone hinnehmen. Man muss da die Begrenzung des Militärs hinnehmen und eben auch eine Entmilitarisierung insgesamt hinnehmen. Und das waren eben die Punkte. Und hinzu kommt natürlich noch die Reparationszahlungen. Und über die gab es ja noch heftige Kontroversen im Laufe der Weimarer Republik. Und alles zusammen führt eben dazu, dass selbst die demokratischen Parteien sehr unzufrieden mit diesem Friedensschluss sind und es eben im Laufe der Geschichte der Weimarer Republik immer wieder zu neuen Verhandlungen kommen musste, was jetzt zum Beispiel die Reparationszahlungen betrifft oder eben was die Lockerung dieser Bedingungen betrifft.